Altersarmut durch private Krankenversicherung. Rentner wirft SPD und Grüne Verrat vor. Mein Name ist Peter Knöbbel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Sie wissen es vielleicht auch schon, vielleicht haben Sie auch mal auf unserer Internetseite Rentenbescheid24.de ein bisschen näher nachgelesen. Wir beschäftigen uns als gerichtlich zugelassene Rentenberater und auch als Rechtsanwälte, Fachanwälte für Sozialrecht, nicht nur rund um das Thema gesetzliche Rente, sondern wir beraten und vertreten schon seit Jahren viele Menschen, zum Teil sehr erfolgreich, Wechsel aus der privaten Krankenversicherung in die gesetzliche Krankenversicherung. Deshalb ist genau dieses Thema, über was wir heute uns unterhalten wollen, hier in diesem Video, was ich Ihnen sagen möchte, wirklich ein Herzensthema, denn es geht um das leidige Thema der Altersarmut durch private Krankenversicherung. Es geht in diesem Video erstmal vordergründig nicht um die Frage, wie Sie aus einer privaten Krankenversicherung in die gesetzliche Krankenversicherung wechseln können. Dazu würde ich dann gegebenenfalls im Video selbst nochmal ein paar Hinweise geben. Meine Damen und Herren, schauen wir uns das einfach mal an. Wir haben hier im Focus Online eine Meldung vom 18.10.2023, also praktisch taufrisch. Da gibt es diesen Franz B., der ist 85 Jahre alt, der hat eine monatliche Rente von 599 Euro und muss 466 Euro für seine private Krankenversicherung zahlen. Der Franz war früher mal erfolgreicher Werbeagenturinhaber, selbstständig und privat krankenversichert. Er ist jetzt im Alter sehr arm, denn die PKV wird ihm im Alter zum Verhängnis. Ihm bleibt nicht mehr viel zum Leben übrig. Also sprich, die Finanzen sind ganz eng gestrickt bei Franz. Und ihm geht es so wie vielen anderen auch. In den jungen Jahren denkt man natürlich nicht an das Alter, an die Rente, sondern der hatte eine erfolgreiche Werbeagentur. Er war nicht gesetzlich krankenversichert und in der PKV. Und ein riesen Fehler, wie er jetzt feststellt, wie sich es jetzt gerade herausstellt. Der Franz bezahlt für seine private Krankenversicherung 466 Euro, also 333 Euro für den privaten Krankenversicherungsanteil und 133 Euro für die Pflegeversicherung. Dafür bekommt er relativ wenig Leistung. Und der Franz ist völlig verzweifelt. Und er sagt schlicht und ergreifend gegenüber Focus Online, seinen ganzen Namen möchte er nicht nennen, das kann ich verstehen. Ich will da raus aus der privaten Krankenversicherung. Das kann doch wo alles nicht wahr sein. Er schämt sich dafür. Nein, Franz, du musst dich überhaupt nicht dafür schämen. Glauben Sie mir bitte eins, lieber Franz und allen anderen Betroffenen auch im Internet. Es gibt Tausende von Ihnen, die in ähnlicher oder gleicher Situation sind. Manchmal sage ich sogar, die Leute essen den Kitt von der Wand und schämen sich dafür und gehen nicht zum Hartz IV oder zur Grundsicherung, sondern sie machen alles und zahlen jeden Monat die hohen, hochenden Preise. Aber Hauptsache, sie sind unerkannt. Aber das ist ein ganz gewaltiger Fehler, meine Damen und Herren. Man sollte zumindest in Erwägung ziehen, hier was zu tun. Franz ärgert natürlich auch, dass schon wieder ein Erhöhungsbescheid gekommen ist und er muss wahrscheinlich mehr für seine private Krankenversicherung zahlen. Und nur dank der Rente seiner Frau, die 82 Jahre alt ist und die gesetzlich krankenversichert ist, kommt er so über die Runden. Und jetzt kommt genau der Punkt, um den es mir natürlich auch geht. Vor der Wahl hatten die Grünen und die SPD versprochen, sich um eine Bürgerversicherung in der gesetzlichen Krankenversicherung zu kümmern. Also alle sollten einheitlich gesetzlich krankenversichert sein. Ergänzt seine Frau, die ihr Leben lang gesetzlich krankenversichert war. Davon redet jetzt keiner mehr. Meine Damen und Herren, die Rentner hat an dem Punkt wirklich die Ampel absolut vergessen. Das ist ein Skandal. Die SPD und die Grünen wollten nicht nur eine Bürgerversicherung in der gesetzlichen Krankenversicherung, sondern sie wollten auch eine erwerbstätige Versicherung in der gesetzlichen Rentenversicherung. Alles ist über Bord geschmissen worden. Man hat sozusagen das dem Machterhalt praktisch über Bord gegeben. Denn die FDP hat hier eine rote Linie gezogen und hat gesagt, mit uns gibt es sowas nicht. Ein ganz großer Fehler, den die SPD und die Grünen hier gemacht haben. Ich hätte als Parteivorsitzende der SPD niemals eine Koalition mit der FDP gemacht. Das wäre für mich ein Unding gewesen mit den Liberalen, die eine völlig andere geartete Auffassung von sozialer Gerechtigkeit haben. Hätte ich niemals eine Bundesregierung gemacht. Aber das ist meine private Angelegenheit. Ja, meine Damen und Herren. Und der Franz sagt noch, ich kann allen jungen Leuten nur raten. Und ich sage, nicht nur zweimal, sondern nicht nur einmal, nicht nur zweimal, sondern dreimal mindestens zu überlegen, ob sie eine private Krankenversicherung abschließen. Ich würde mir das sehr genau überlegen, bevor ich da eine Unterschrift drunter setze, würde ich mit meinen Freunden, mit meinen Eltern, vielleicht auch mit einem Anwalt, der sich ein bisschen darüber auskennt, vielleicht mit meiner Freundin, mit meinem Freund, wie auch immer, darüber reden. Damit sie es im Alter nicht bitter bereuen. Denn im Alter müssen sie zum Teil horrende Beiträge deutlich höher als gesetzliche Krankenversicherungsbeiträge zahlen. Und das muss nicht sein. Meine Damen und Herren, die private Krankenversicherung ist nichts für den normalen Arbeitnehmer und auch nichts für Angestellte, sondern maximal nur noch für Beamte. Da genau hört sie hin, aber nicht mehr für Menschen, die in einer abhängigen Beschäftigung sind. Meine Damen und Herren, der Franz sagt selber, ich komme da wahrscheinlich nicht mehr raus. Also er sagt, er kommt da nicht raus. Liebe Redaktion von Focus Online, ich kann diese Auffassung von Franz leider nicht ganz teilen. Es gibt vielleicht doch noch eine Möglichkeit, wie wir dem Franz hier raushelfen. Aber, und Sie haben in dem Artikel schon den entsprechenden Stichpunkt gegeben. Denn Franz, seine Frau, ist in der gesetzlichen Krankenversicherung versichert. Und es gäbe ja vielleicht doch noch die Möglichkeit für Franz, über die Familienversicherung seiner Ehefrau da reinzukommen. Also in die kostenfreie Familienversicherung reinzukommen. Und die Variante, die es hier gibt, das muss man aber vorher genau prüfen, ist das Thema Altersteilrente. Wenn also Franz kein höheres Gesamteinkommen hat, was den Einkommensgrenzen des Paragraph 10 SGB V, gesetzliche Krankenversicherung, entspricht, hat er das Recht, in die kostenfreie Familienversicherung seiner Frau reinzukommen. Wenn er also, wenn also unser Franz nur als Einnahme die gesetzliche Rente hat, diese 500 und noch was Euro, dann könnte er ja darüber nachdenken, aus dieser Rente eine Altersteilrente zu machen, und zwar so weit abgesenkt, dass sie nicht höher ist, als die gesetzlichen Einkommensgrenzen für das Gesamteinkommen in der kostenfreien Familienversicherung. Denn ich kann in der kostenfreien Familienversicherung auch Einkommen haben, es darf aber bestimmte Grenzen nicht überschreiten, als Gesamteinkommen. Wenn das bei Franz möglich wäre und er nur diese eine Rente hätte, dann besteht unter Umständen eine sehr, sehr gute Chance, ich sage das Wort Chance, dass Franz real aus der PKV in die GKV reinkommt. Dazu muss er sich aber wirklich gut beraten lassen. Und ich würde an Franz seiner Stelle nicht zu irgendwelchen Online-Vermittlungsportalen gehen, sondern gehen Sie bitte zu einem versierten Fachanwalt für Sozialrecht, für jemanden, zu jemanden, der sich wirklich auskennt. Gegebenenfalls können Sie auch gerne mal bei uns vorbeischauen. Also sprich, Sie schicken uns eine Mail und fragen einfach an, ob wir Sie da möglicherweise gut beraten oder auch vertreten und begleiten können. Ich kann nur sagen, in vielen Fällen hat das auch tatsächlich geklappt, aber da muss man auch wirklich langen Atem haben. Man darf hier sozusagen den Kopf nicht in den Sand stecken. Also lieber Franz, liebe Redaktion von Fokus Online und alle diejenigen, die jetzt dieses Video hören und sehen, bitte, wenn Sie den Franz B. kennen, schreiben Sie den an, schicken Sie denen eine Nachricht und sagen Sie denen, Rechtsanwalt Peter Knöppel von Rentenbescheid24.de will helfen. Ob es klappt, weiß ich nicht, aber Franz kann gerne mal uns kontaktieren. Wir wollen mal schauen, ob wir den lieben Franz helfen können. Also meine Damen und Herren, an alle, an Sie, an Ihre Kinder, bitte aufpassen, wenn der Versicherungsvertreter bei Ihnen vor der Tür steht mit der privaten Krankenversicherung, sollten allen die Alarmglocken klingeln. Private Krankenvollversicherung ist nicht für die Armen und die normalen Angestellten und Beschäftigten in Deutschland gedacht, sondern wenn überhaupt nur für Beamte oder die Reichen. Ich bin der Meinung, eine differenzierte oder eine geteilte Krankenversicherung in Deutschland im Privat und im Gesetzlich dürfte es sowieso nicht mehr geben. Also meine Damen und Herren, ich wünsche Ihnen alles, alles Gute. Bleiben Sie auf jeden Fall herzlichst gesund. Passt ja wunderbar zum Thema. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel. Kerstinberater Peter Knöppel. Kerstinberater Peter Knöppel. Kerstinberater Peter Knöppel.